Wie du zum ersten Mal gesehen habe, war ich sprachlos. Okay, jetzt nicht mehr, wie ihr ja hören könnt, aber holler die Waldfee. Leute, wir sind am Arsch. Zahlreiche Brandbriefe, ganze Stationen verlieren ihr Personal auf einen Schlag. Wir haben über 10.000 Pflegekräfte weniger, die aus dem Pflege ausgestiegen sind und nicht mehr zurück wollen. Und unsere Politikerinnen und Politiker lassen immer noch dieses Logorö von sich? Dass sie so viel gemacht haben? Und die unsolidarischen Ungeimpften sind doch an allem schuld? Dass unser Gesundheitssystem es nicht mehr packt? Nicht, dass bis heute immer noch nicht einmal irgendwo ein Intensivbett oder ein Intensivplatz usw. endlich mal im Gesetzesbuch definiert ist? Das geht so weit, dass selbst die EMC-Stationen und Aufwachräume auf einmal in den Statistiken als Intensivplätze aufgelistet wurden. Da liegen dann die ganzen nicht beatmeten Intensivpatienten, obwohl eine Intimidicare, zu deutsch Zwischenpflege, nicht so intensiv gehört. EMC gelten als Bindeglied zwischen Intensiv- und Normalstation. Fallen nicht unter die von Spahn verbrochene Personaluntergrenze, da die EMC-Stationen wie die Notaufnahme nicht pflegesensibel genug sind. Quelle 3 Aber sie reichen dazu, dass man sie als wirtschaftliches Ablaufbecken für überfüllte Intensivstationen nutzen kann. Man kann es zwar nicht genau so gut abrechnen, bekommt es daher nicht so gut bezahlt, aber das macht man einfach damit gut, dass man viel weniger Personal für die gleiche Arbeit benutzt. Auf einer EMC ist meistens eine Pflegekraft für 4 bis 6, öfters auch mal für bis zu 8 überwachungspflichtige Patienten zuständig. Hat also seit meiner Ausbildung sich nichts geändert. Und diese liegt über ein Jahrzehnt her. Diese Patienten bekommen ja nur teilweise auch lebenserhaltende Medikamente wie Katecholamine und sind fast immer sehr pflegeaufwendig. Auch für unsere Ärzte, die irgendwie permanent vergessen werden. Für die sind diese Patienten auch kein Zuckerschlecken. Bei diesen Stationen fordern Fachgesellschaften einen Stellenschlüssel von 1 zu 3. Doch meine Kollegen wären schon über einen Personalschlüssel von 1 zu 4 glücklich. Aber da in diesem Bereich keine gesetzlichen Vorgaben für den Stellenschlüssel existieren, weder für Ärzte noch für Pfleger, wird sich da auch nichts ändern. Doch diese Bettplätze als Intensivbetten zu bezeichnen, ist leider nicht nur eine blanke Lüge, sondern eine Täuschung der tatsächlichen Lage, um noch ein bisschen mehr Profit zu machen. Denn auf einer EMC kann man nicht beatmen. Denn die Gerätschaften sind dafür nicht vorhanden. Und was noch viel wichtiger ist, das dafür nötige Personal ist nicht vorhanden. Die Kollegen sind zwar qualifiziert dafür, aber ein beatmeter Patient sowie ein Intensivpatient braucht eine besondere Betreuung, was man mit einem Personalschlüssel von 1 zu 6 oder gar 1 zu 8 nicht gewährleisten kann. Punkt. Es sind so viele Probleme, Leute, dass ich einfach nicht weiß, wie man das mal benennen soll. Wann unsere Politikerinnen und Politiker endlich mal aufwachen und anfangen, ihren Job zu machen. Es werden permanent falsche Signale geschickt. Falsche Informationen seitens der Politik, da politische Machtmanöver wichtiger sind und waren und bis heute auch bleiben als ein angehendes Problemlösung. Anstatt in diesem, um so mal so martialisch wie unsere Politiker und Politikerinnen es zu formulieren, kriegt der Pandemie endlich mal unsere Armee und ihre Ausrüstung auszubauen, hier das Medizinpersonal und unsere Krankenhäuser, hat man lieber Wahlpolitik betrieben, die pandemische Lage für beendet erklärt und sogar über ein Freedom Day gesprochen. Die Pandemie konnte so lange warten und nach der Wahl ist es eh das Problem der neuen Regierung. Dabei sind mit Absicht falsch gewählte Formulierungen wichtig, um den Fokus auf jemand anderen zu legen und nicht auf das eigentliche Versagen. Das ist Politik, liebe Freunde, die seit über 18 Monaten intensiv mit unseren Wissenschaftlern und Medien vor allem mit uns betrieben wird. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin nicht gegen Impfung und bin immer noch der Meinung, Corona ist gekommen, um zu bleiben. Doch mich pisst die Falschdarstellung unserer polemischen Politiker mittlerweile echt an. Die nutzen die Situation gnadenlos aus, um ihre eigenen Taschen vollzustopfen. Oder kann jemand mir erklären, warum eine Impfung im Impfzentrum teilweise über 150 Euro gekostet hat und beim niedergelassenen Arzt oder Ärztin etwas mehr als 20 Euro kostet? Quelle 3.1 Es gibt da so viele Diskrepanzen, die dringend aufgeklärt werden müssten, aber bis heute irgendwie totgeschwiegen werden. Oder die Politikerinnen und Politiker haben spontan Gedächtnisverlust bei dem Thema. Doch was ich noch schlimmer finde, dass kritische Stimmen, die genau bei diesen Themen sich einschalten und nachhaken, auf einmal schwurbel diffamiert werden, um anschließend mit Hilfe von Zensur mundtot gemacht zu werden. Die Formulierungen werden immer radikaler und senden bewusst falsche Informationen aus. Zum Beispiel, Herr Spahn benutzt sehr gerne die Formulierung Pandemie der Ungeimpften, Quelle 4. Diese Formulierung hat er auch schon vor der Wahl gerne benutzt. Dann kommt leider so ein Wissenschaftler daher und sagt, Pandemie der Ungeimpften ist nicht ganz richtig, Herr Spahn. Dies muss doch eine Lüge sein, oder? Das ist doch sicherlich so ein Querdenker und Verschwörungsschwurbler. Was? Es war Professor Dr. Streeck, Quelle 4.1? Oh, gehört er jetzt auch zu den Querdenkern? Nein, tut er nicht. Und auch Kebulier und Rosten haben ähnliche Bedenken geäußert. Nur gehörten die drei zu den Wissenschaftlern, auf die unsere Politiker gerne verweisen, wenn es ihnen in die polemische Politik passt, aber bitte nicht, wenn die Wahlen bevorstehen und die Politiker alles lockern und Streeck, Drosten und Co. wie Papageie immer wieder im Hintergrund auf die Probleme hinweisen. Dann eskaliert die Sache und man braucht einen Schuldigen. Aber bitte, dabei bloß nicht mit dem Finger auf die wahren Schuldigen zeigen. Auch falsche Darstellungen und Bezeichnungen sind in den Medien auf einmal völlig okay, sofern diese der aktuellen Corona-Politik konform sind. Etwas, was ich vor Corona nicht geglaubt hätte zu erleben. Vor Corona hätte eine ungünstige Formulierung im Prospekt, Zeitschrift, Fernsehen und Co. dazu geführt, dass die Anwälte dich gefragt hätten, wie du deine Eier magst, gekocht oder gerührt. Doch nun können Spahn und Co. teilweise extrem fragwürdige Aussagen tätigen und es wird einfach so akzeptiert und nicht weiter hinterfragt. Aber falls doch, verläuft das irgendwie immer im Sande. Oder du bist plötzlich ein Schwurbler. Leider. Wenn selbst die Bild mittlerweile darüber berichtet, sind wir am Arsch. Bei den Nachrichten in den letzten anderthalb Jahren habe ich eh das Gefühl, dass unsere auf Dauer Alarm gestellte Gesellschaft permanent Futter vom Weltuntergang braucht, damit die Fake News zu Fakten werden können und Fakten zu einer reinen Gefühlssache werden, bei denen man sich nicht mehr traut, was zu sagen, damit man nicht Teil der Hexenjagd wird. Oder zumindest nicht der gejagte Teil der Hexenjagd. Auch unsere Wissenschaftler sind mittlerweile schweigsamer geworden. Aber vielleicht haben auch Drosten und Co. einfach keinen Bock mehr, immer das Gleiche zu sagen, damit unsere Politiker nicht darauf hören und dann zu tun, als wäre man nie darüber informiert worden. Besser noch, die behaupten, man habe ja was gemacht. Was da gemacht wurde, kann keiner nachvollziehen. Oder der, die Politikerin, hat ihr Handy verloren. Der Arbeitslaptop wurde vom Hund gefressen und man habe zur Zeit eh irgendwie spontan Gedächtnisverlust. Auch der eine oder andere Shitstorm wird kurzerhand auf den unliebsamen Experten losgelassen, wie es zum Beispiel auch Prof. Dr. Streeck öfters passierte. Bei den beiden Artikeln, die ich euch unter Quelle 3.2 und 3.3 verlinkte, hatte er so starken Shitstorm kassiert, dass er medial kurzfristig außen vor gelassen wurde. Da passte unseren Politikerinnen und Politikern seine Expertise zu dem Zeitpunkt oder Weltbild nicht. Wie sich unsere Politiker alles zurecht drehen, seht ihr besonders gut im Video Pflegenotstand. Was muss sich ändern? Quelle 2.1 Bei dem Video dreht Jensi und sein Best-Body Christian sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Doch erstmal kurz für euch eine Zusammenfassung. Am Anfang sieht man einen kleinen Film von Frau Sambale, die Altenpflegerin ist und über die Missstände in der Pflege spricht. Sie benennt viele Probleme, darunter auch, dass viele Pflegekräfte ihre Stelle auf 50% runter reduzieren, um unter den vorhandenen Arbeitslast physisch und psychisch überleben zu können. Daraufhin lässt der Moderator Frau Sambale ihre Frage an den Experten, unseren Bundesgesundheitsminister Spahn, stellen. Sie fragt, ob man die Pflege von alten, hilfsbedürftigen und kranken Menschen wirklich in die Hände von Aktien und Kapitalgesellschaften geben sollte. Warum haben wir ein System geschaffen, das auf Profitoptimierung ausgerichtet ist? Pflegekräfte werden als Kostenfaktoren wahrgenommen und auch so behandelt. Das Personal würde als Verschleißfaktor wahrgenommen und fühlt sich auch so. An dieser Stelle gebe ich euch einen kleinen Spoiler. Jensi antwortet auf diese Frage nicht wirklich, sondern er weicht ihr aus. Denn seiner Meinung nach ist das ja nicht so. Ich zitiere hier mal unseren Jensen. Es ist kein Profit zulasten der Pflegenden im Krankenhaus mehr möglich. Ach, ist das so? Riecht ihr ja das auch? Riecht irgendwie so ein bisschen nach Fake News. Durch die Einführung der Fallpauschale im Jahre 2004 haben die Krankenhäuser einen enormen Druck, Gewinne einfahren zu müssen. Dadurch müssen die Pflegekräfte viel mehr Patienten versorgen. Punkt. Andernfalls ist es nicht profitabel für die Krankenhäuser. Nicht profitabel bedeutet noch mehr Einsparung, sprich noch weniger Personal. Sieht man besonders gut am Geschäftsmodell von Asklepius. Dank der Fallpauschale müssen im Schnitt 13 Patienten von einer Pflegekraft versorgt werden. Außerdem lügt Herr Spahn an dieser Stelle, ohne einmal rot zu werden. Mit wem hat er diese Gesetze entwickelt, mit Hilfe derer angeblich Krankenhäuser kein Profit zulasten der Pflegenden mehr machen können? Hm, mit wem? Ganz genau, mit den Vorständen von Krankenhäusern und Krankenkassen. Was ist wohl das Ziel dieser Vorstände, frage ich mich? Und was haben die erreicht? Ganz genau, weitere Lücken, um das System weiterhin in den Händen der Lobbys zu behalten. Denn unser lieber und sicherlich nicht korrupter Jensi hat nicht mit seinem Gesetzesentwürfen die Missstände in der Pflege legitimiert und legalisiert. Nein, hat er nicht. Was? Doch. Oh, was? Die besagten Tarifbedingungen könnten einfach ausgehebelt werden. Und Jensi wurde darüber mehrfach von Verdi und Co. informiert? Ja, dann hat er sicherlich etwas daran gemacht, oder? Was? Nein, immer noch nicht. Er sehe da kein Handlungsbedarf. Echt jetzt? Außerdem sei doch der neue Fliegevertrag von der Caritas abgesagt worden. So ist aber auch. Ich bin sprachlos und gleichzeitig verwirrt. Man darf an dieser Stelle aber auch nicht vergessen, dass die beiden großen Player Caritas und Diakonie ein ganz besonderes und gesondertes Arbeitsrecht haben und daher auch kein Betriebsrat bzw. Gewerkschaft brauchen. Oder gar ein Streik von den Angestellten befürchten müssen. Natürlich sind auch diese Gesetzeslücken unseren geliebten Politiker und Politikerinnen seit Jahrzehnten bekannt, doch man sehe auch hier keinen Handlungsbedarf. Hat man denn wirklich Profit am Fliegenden verhindert? Mit einer Tarifbindung, die nicht stattgefunden hat? Denn der Fliegevertrag konnte ja nicht abgeschlossen werden, da er ja der frei allgemein nützige Träger Caritas nicht mitgespielt hat. Doch der Pflegende wird von diesem Vertrag geschützt. Ich habe da an dieser Stelle ein althessisches Fragewort mit 100 Buchstaben. Hä? Ich habe Fragen. Ich habe viele Fragen, aber leider nur unzureichende oder von der Wahrheit stark abweichende Antworten mit Gedächtnisverlust. An einer anderen Stelle sagt Jensi, man müsse ja sicherstellen, dass auch familiengegründete Pflegedienste eine Chance haben, die ja den größten Anteil der ambulanten Pflege bilden. Ähm, ja. Wie soll ich das jetzt formulieren? Lieber Jens, ich weiß, du hast ja nur mal eine hohe Position bei der Sparkasse gehabt und dein Arsch ist ausgelayert durch den viel zu vielen Zucker der Lobbys. Aber echt jetzt? Wenn man die Pauschalisierung im Gesundheitswesen endlich mal aufheben würde und Ärzte, Pflegekräfte wie Physiotherapeuten, all die anderen im Gesundheitssystem dann geht's doch mit der Sprechmann aufheben, weil es ja noch an einem doppelgänglichen Zustand ist. Und dann geht's doch so weiter und wenn man an einemiceless, dann geht's doch weiter und das ist gut.